Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Bereits beim Betreten von Daniela Kovac Frisuren fühlt man sich ganz wie zu Hause. Der Friseursalon überzeugt mit einer Wohlfühlatmosphäre und einer empathischen Betreuung. Daniela Gregoritsch und ihr Team zaubern den Kunden nicht nur eine typgerechte Frisur, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht. Dank langjähriger Erfahrung der Inhaberin und Verwendung der weltweiten Nummer 1 Marke Great Lengths wird ihnen hier in Sachen Haarverlängerung und Verdichtung die Crème de la Crème geboten. Schon früh erkannte Daniela das Potenzial des Collariums. Das Anti-Aging-Wunder für Haut und Seele. Als Hybridgerät kann es sowohl die eigene Kollagenproduktion aktivieren, als auch schonend bräunen. Verabschieden Sie sich im nächsten Urlaub von Ihrer Sonnenallergie. Die Partnerhandwerker-Redaktion ist von der professionellen Beratung sowie den fairen Preisen absolut begeistert. Daniela-Kovac-Frisuren – einfach wohlfühlen.